Dies ist die wahre Geschichte von einem Mann namens Jesus, der vor 2000 Jahren gelebt hat. Wir wissen nicht genau, wie die Kinder die Wahrheit über Jesus herausgefunden haben. Aber vielleicht war es so. Was ist das, was du sagst? Was ist das, Benjamin? Ich glaube, dass Jesus von Gott geschickt worden ist. Nur weil er Wunder vollbringt? Das könnten doch alles Zaubertricks sein. Ja, wie willst du das sonst erklären? Das ist es ja gerade. Das muss ich überhaupt nicht, weil es eben Wunder sind, die nur Gott vollbringen kann. Du meinst, wenn er macht, dass Blinde wieder sehen können? Ja. Ich glaube nicht ein Wort davon. Ich schon. Sarah, was machst du denn hier? Ich habe vergessen, meinen Esel zu füttern. Da habe ich gehört, dass sie über Jesus redet und wollte wissen, was er über ihn sagt. Was weißt du denn von Jesus, Sarah? Eine ganze Menge. Meine Großmutter kennt seine Mutter Maria und sie hat mir ganz viel von ihm erzählt. Über seine Geburt und sowas. Eine wunderbare Geschichte, finde ich. Maria war ein junges Mädchen, das in Nazareth wohnte. Sie war unverheiratet, aber sie sollte einen Mann namens Josef heiraten. Eines Tages schickte Gott einen Engel, der hieß Gabriel. Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Du wirst ein Kind empfangen, einen Sohn. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Ich bin eine Jungfrau. Wie soll das geschehen? Der Heilige Geist wird über dich kommen. Deshalb wird auch das Kind heilig genannt werden. Und der Sohn Gottes, seine Herrschaft, wird kein Ende haben. Hatte sie keine Angst vor dem Engel? Wenn mit mir ein Engel reden würde, hätte ich ganz schön Angst. Was passierte dann? Hört, Bewohner von Nazareth, dass auf Befehl des Kaisers Augustus... Die Regierung hat ein Gesetz erlassen, das alle an ihrem Geburtsort registriert werden mussten. Ihr wisst schon, den Namen in einer Liste eintragen lassen. Warum zog Josef mit Maria nach Bethlehem, wo er geboren war? Als sie nach Bethlehem kam, war die Stadt völlig überfüllt und alle Herbergen auch. Josef fand nur eine Unterkunft für die Nacht. Und das war ein Stall. So einer wie der hier? Ja, fast genau so einer. Und in der Nacht wurde der kleine Jesus geboren. Ein paar Schafhirten lagerten auf einem Hügel in der Nähe. Sie bewachten ihre Schafe, als sie plötzlich einen Engel sahen. Heute ist euch in der Stadt Davids der Retter geboren. Christus, der Herr. Die Schafhirten gingen gleich zum Stall, um sich das Kind anzusehen. Es lag in einer Futterkrippe. Könnt ihr euch das vorstellen? Sie mussten ihn in einen Futterkasten legen, wie den für meinen Esel hier. Dann, als Jesus eine Woche alt war, hingen Maria und Josef mit ihm zum Tempel in Jerusalem. Sie begegneten einem Mann, der Gott von ganzem Herzen liebte. Er hieß Simeon. Herr, nun lässt du deinen Knecht in Frieden scheiden, wie dein Wort es verheißen hat. Gott hatte Simeon versprochen, er würde nicht ihr sterben, bevor er Jesus gesehen hätte. Denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Dieses Kind ist auserwählt von Gott. Meinen Segen für euch beide. Der kleine Jesus wurde größer und zu dem Mann, den Gott dazu auserwählt hatte, allen Menschen, überall, alles Schuldhafte zu vergeben, was sie denken und sagen und tun. Das, was Gott Sünde nennt. Also, Jesus war ein Baby und jetzt ist er ein Mann. War er denn niemals ein Junge? Doch, natürlich. Meine Großmutter hat mir erzählt, als Jesus ungefähr zwölf war, nahm Maria und Josef ihn mit nach Jerusalem. Jesus blieb allein im Tempel zurück und sprach mit den religiösen Führern und Lehrern. Was ist das für ein Kind, das solche Fragen stellt? Er kommt aus Nazareth. Wir dachten, er wäre bei uns. Verzeiht ihm seinen Eifer. Dann ging Jesus mit seinen Eltern wieder heim und wurde weiser, von Tag zu Tag. Eines Tages wollte Jesus seinen Väter besuchen, Johannes den Täufer. Johannes taufte die Menschen, die Gottes Geboten folgen wollten. An dem Tag taufte er auch Jesus. Und alle Menschen, die dabei waren, hörten Gottes Stimme vom Himmel. Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Gefallen gefunden. Und was hat Jesus dann gemacht? Er begann von Ort zu Ort zu wandern und den Leuten von Gott zu erzählen. Ich grüße dich. Ich grüße dich. Jesus kehrte nach Nazareth zurück, wo er groß geworden war. Eines Tages ging er zum Tempel und die religiösen Führer baten ihn, aus dem Buch Gottes vorzulesen, der Heiligen Schrift. Was Jesus aus der Schrift vorgelesen hat, handelt von Gottes Plan, den Menschen Jesus zu schicken, damit alle auf der ganzen Welt immer mit Gott leben können. Der Geist des Herrn ruht auf mir. Denn er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht, damit ich die Zerschlagenen in Freiheit setze und damit ich den Gefangenen die Befreiung verkünde. Er spricht gut. Das Schriftwort, das ihr eben gehört habt, hat sich heute erfüllt. Das Schriftwort hat sich erfüllt? Das Versprechen kann nur der Messias erfüllen. Woran sollen wir das erkennen? Aber die Geschichte geht noch weiter. Jesus ging hinunter zum See Genezareth. Fahr weiter hinaus in das tiefe Wasser. Dort werft eure Netze zum Fang aus. Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und haben nichts gefangen. Doch wenn du es sagst, dann... Ja, dann werfe ich sie aus. Jakobus! Johannes! Johannes! Jakobus! Johannes! Komm her mit eurem Boden! Händen! Das geht nicht, wir haben alle Hände voll zu tun! Schneller! Schneller! Das ist genug! Das ist genug! Ich glaube, in dem Moment ist Petrus klar geworden, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist. Aber Petrus hatte Angst. Er hatte im Leben so viel falsch gemacht. Er konnte nicht verstehen, dass so ein mächtiger, heiliger Mann wie Jesus einen Sünder wie ihn annehmen könnte. Geh weg von mir, oh Herr. Ich habe viel gesündigt. Fürchte dich nicht. Von jetzt an wirst du Menschen fangen. Ich muss gehen. Ja, ich auch. Ich auch. Wiedersehen. Wir sehen uns später. Ja, bis dann. Und wo warst du, Benjamin? Wieder mit deinen Freunden unterwegs? Ja, Vater. War Caleb auch da? Ja, Vater. Ich habe dir schon so oft gesagt, ich will nicht, dass du mit diesem Jungen befreundet bist. Aber, Vater. Du weißt, dein Vater glaubt all diese verrückten Geschichten über Jesus. Ist das so schlimm? Wir glauben, Gott wird uns einen mächtigen König schicken. Der Vater von deinem Freund glaubt, dass jemand, der in einem Stall geboren wurde, dieser König ist. Unsinn. Aber wenn Kalebs Vater nun doch recht hat... Das reicht, Benjamin. Ich will kein Wort mehr darüber hören. Ist gut. Der Ruchlose soll seinen Weg verlassen. Der Frevler seine Pläne. Er kehre um zum Herrn, damit er Erbarmen hat mit ihm. Denn er ist groß im Verzeihen. Voll Freude werdet ihr fortziehen. Wohlbehalten kehrt ihr zurück. Wartet, bis ich euch erzähle, was heute passiert ist. Ich habe ihn gesehen. Erzähl schon. Jesus war im Tempel und er predigte den Leuten von Gottes Liebe. Grün saß eine Menschenmenge dicht an dicht und draußen warteten noch viel mehr. Alle wollten ihn sehen. Jesus. Jesus. Ich bitte dich, rette meine einzige Tochter. Herr hat Mitleid. Sie ist erst zwölf Jahre alt und todkrank. Bitte komm mit mir. Jesus. Ja, Eos, es tut mir leid. Komm mit. Jesus. Deine Tochter ist gestorben. Bemühe den Meister nicht länger. Sei ohne Furcht. Glaube nur, dann wird sie gerettet. Musik. 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 Mädchen, steh auf. Gebt ihr etwas zu essen. Ist das wirklich passiert? Ja, ist es. Sie sah nicht einmal aus, als wäre sie eine Kranke. Mein Vater hat gesagt, Jesus ist mit Leuten zusammen, die schlimme Dinge tun. Einen Haufen Sünder nennt er sie. Das stimmt auch, aber nur, weil Jesus sich um alle sorgt und alle liebt, egal wer es ist. Mein Vater erzählte mir von einem Mann mit Namen Matthäus, der am Stadttor saß und Steuern eingenommen hat. Folge mir nach. Matthäus ist einer von den zwölf Männern, die Jesus zu seinen Jüngern gemacht hat. Sie sind seine besten Freunde und folgen ihm überall hin. Und mit ihm erzählen sie den Menschen von Gott. Da ist Simon, der auch Petrus genannt wird. Andreas, Petrus Bruder. Jakobus, Johannes, Philippus, Bartholomeus. Matthäus natürlich, Thomas und noch ein Jakobus. Ein zweiter Simon, Judas, der Bruder des Jakobus und Judas Iscariot. Kaleb, wie merkst du dir das bloß alles? Er ist ein kluger Bursche. Das denkst du nur, weil du selber ziemlich dumm bist. Bin ich nicht. Du bist so dumm wie dein alter Esel. Du bist meine Freundin, du Angeber. Ich bin ein Angeber, ja? Lass sie in Ruhe. Wer will mich dazu zwingen? Kaleb, das schaffst du. Du bist viel stärker. Sag zu, sag zu. Paki, gib ihm. Das schaffst du. Züglich, Jungs. Lella, sag zu. Au, das tut weh. Das wird noch viel schlimmer, wenn wir das nicht sauber machen. Was ist passiert? Er hat sich geprügelt. Dich habe ich nicht gefragt, Lea. Entschuldigung. Ich habe mit Kaleb gekämpft. Sie haben über Jesus geredet. Er trifft sich dauernd mit seinen Freunden in Sarahs Stall. Ich habe dir ja gesagt, dieses Gerede über Jesus bringt nichts Gutes. Er ist nicht unser König und wird es nie sein. Aber Vater, ich denke, er könnte wirklich der Sohn Gottes sein. Schluss damit. Du bist sehr hart zu dem Jungen, finde ich. Nein, keineswegs. Aber das ist doch bald ohne Bedeutung. Es gibt wohl einen Verräter unter den sogenannten Jüngern dieses Jesus. Wenn das wahr ist, macht er nicht mehr lange Schwierigkeiten. Liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen. Und dem, der dir den Mantel wegnimmt, dem lass auch das Hemd. Gib jedem, der dich bittet. Und nimmt dir jemand etwas weg, dann verlang es nicht zurück. Was ihr von anderen erwartet, tut auch ihnen. Diesen Mann möchte ich kennenlernen. Könnte er wohl der Messias sein? Was meint er mit der Messias? Sie sprachen darüber im Tempel. Messias bedeutet der Gott gesandte Retter. Komm, wir gehen mit. Man darf den Kindern nicht zu viel durchgehen lassen. Was will die denn hier? Was tut sie da? Wenn er wirklich ein Prophet wäre, müsste er wissen, was das für eine Frau ist, von der er sich berühren lässt. Er wüsste, dass diese Frau eine Sünderin ist. Ich weiß, wer diese Frau ist, Simon. Ich möchte dir etwas sagen. Ein Geldverleiher hatte zwei Schuldner. Einer schuldete ihm 500 Dinare, der andere 50. Als beide nicht bezahlen konnten, da erließ er die Schuld beiden. Wer von ihnen wird ihn nun mehr lieben? Ich nehme an, der Schuldner, den er am meisten erlassen hat. Du hast recht. Siehst du diese Frau? Ich kam in dein Haus und du gabst mir kein Wasser zum Waschen der Füße. Sie hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir zur Begrüßung keinen Kuss gegeben. Sie hat mir, seit ich hier bin, unaufhörlich die Füße geküsst. Du hast mir nicht das Haar gesalbt. Sie hat meine Füße mit duftendem Öl gesalbt. Deshalb sage ich dir, weil sie mir so viel Liebe gezeigt hat, sind ihre vielen Sünden vergeben. Wem aber nur wenig vergeben wird, der zeigt auch nur wenig Liebe. Deine Sünden sind dir vergeben. Dein Glaube hat dir geholfen. Geh in Frieden. Ich... Bitte nimm mich auf den Arm. Warum? Ich kann Jesus nicht sehen. Auf meine Schultern. Kannst du ihn jetzt sehen? Jetzt sehe ich ihn. Ein Sämann ging aufs Feld, um auszusehen. Als er säte, fiel ein Teil der Körner auf den Weg und wurde zertreten. Und die Vögel des Himmels fraßen sie. Ein paar fielen auf felsigen Grund. Und als die Saat aufging, verdorrte sie, weil ihr die Feuchtigkeit fehlte. Wieder andere fielen in die Dornen. Und die Dornen wuchsen zusammen mit der Saat und erstickten sie. Ein paar Körner fielen auf gutem Boden. Und die Pflanzen wuchsen und trugen Frucht. Eine jede Hundertfache. Ich will euch das Gleichnis deuten. Die Saat ist das Wort Gottes. Auf den Weg ist der Samen bei denen gefallen, die zwar hören, denen aber der Teufel das Wort aus dem Herzen reißt, damit sie nicht glauben und nicht gerettet werden. Auf den Felsen ist der Samen bei denen gefallen, die das Wort aufnehmen und freudig hören. Aber sie haben keine Wurzeln. Sie glauben nur eine Zeit lang. Aber in der Zeit der Prüfung werden sie abtrünnig. Unter die Dornen ist der Samen bei denen gefallen, die das Wort zwar hören, aber in den Sorgen, Reichtümern und Genüssen dieses Lebens ersticken und weggehen, deren Frucht also nicht reift. Und auf gutem Boden ist der Samen gefallen, bei denen, die das Wort mit gutem und aufrichtigem Herzen hören und daran festhalten, bis sie Frucht bringt. Das Wort ist der Samen. Wir werden alle erzinken. Hilf uns, Meister! Wo ist euer Glaube? Ich brauche sehr viel davon. Wie viel kostet das? 20. Nathan! Nathan! Hast du gehört? Jesus kommt! Er kommt hierher! Er ist draußen vor der Stadt! Komm schnell! Ja, schnell! Tut mir leid, dass ich dich beschlagen habe. Verzeihst du mir? Meister, schick die Menschen weg, damit sie in die umliegenden Dörfer und Gehöfte gehen können und Unterkunft und etwas zu essen bekommen. Dies ist ein abgelegener Ort. Gebt ihr ihnen etwas zu essen. Aber wir haben doch nur fünf Brote und nur zwei Fische. Gesegnet seist du, o Herr, unser Gott, König der Welt, der Brot aus der Erde hervorbringt. Oh, das ist ein Lümer. Unglaublich. Glaubst du immer noch nicht, dass Jesus kommt? Gottes Sohn ist. Wo bist du gewesen? Vater, ich möchte nicht lügen. Wir haben alle Jesus gesehen. Wieso denn? Ich kann es immer noch nicht glauben, obwohl ich es selbst gesehen habe. Er hat fünf Brote und ein paar Fische in so viel Essen verwandelt, dass alle davon satt wurden. Und wenn es so ist, Jonathan, vielleicht ist er wirklich der Messias. Hör doch auf! Glaubst du jetzt auch schon diesen Unsinn? Was müssen wir tun? Was steht im Gesetz? Was liest du dort? Liebe den Herrn, deinen Gott mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit all deinen Gedanken und mit aller Kraft. Und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Du hast recht. Handle danach und du wirst leben. Wer ist mein Nächster? Ein Mann ging von Jerusalem hinab nach Jericho und wurde von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn aus, schlugen ihn und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig kam ein Priester denselben Weg heran. Er sah ihn und ging weiter. Auch ein Levit kam zu der Stelle. Er sah ihn und ging weiter. Dann kam ein Mann aus Samarien, der auf der Reise war. Als er ihn sah, hatte er Mitleid. Er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verbannt sie. Dann hob er ihn auf sein Reittier, brachte ihn zu einer Herberge und sorgte für ihn. Am anderen Morgen gab er dem Wirt zwei Denare und sagte, er möge für ihn sorgen. Wenn ich wiederkomme, werde ich dir bezahlen, was du mehr für ihn brauchst. Wer von diesen Dreien hat sich als der Nächste dessen erwiesen, der überfallen wurde? Der, der Mitleid hatte mit ihm. Dann handle genauso. Erlaub den Kindern zu mir zu kommen, hindert sie nicht daran. Denn solchen Menschen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch. Wer das Reich Gottes nicht so annimmt wie ein kleines Kind, der wird nicht hineinkommen. Wer dieses Kind um meinetwillen aufnimmt, der nimmt mich auf. Wer aber mich aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer unter euch allen der Kleinste ist, der ist groß. Eine milde Gabe. Eine milde Gabe. Eine milde Gabe. Was geht hier vor? Was hat das zu bedeuten? Jesus von Nazareth geht vorüber. Jesus! Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir! Was soll ich für dich tun? Ich möchte wiedersehen, Herr. Du sollst wiedersehen. Dein Glaube hat dir geholfen. Ich kann sehen. Ich kann sehen. Gepriesen sei Gott. Herr, zeige uns den wahren Weg. Mein Herr und Meister, errette mich. Oh, Herr. Errette uns. Errette uns. Lobet den Herrn. Zeig uns den wahren Weg, Herr. Ja, nach drüben. Siehst du ihn? Der Mann da oben, warum sitzt der da? Er ist zu klein. Er kann Jesus in der Menge nicht sehen. Steig herunter, Zacchaeus. Denn ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. Mein Gast sein? Wer würde bei dem zu Gast sein wollen? Woher kennt Zacchaeus Jesus? Herr, ich will die Hälfte meines Vermögens den Armen geben. Und wenn ich jemanden betrogen habe, gebe ich ihm das Vierfache zu. Unglaublich. Ein Zöllner, der etwas zurückbezahlt. Das ist unmöglich. Heute ist diesem Haus das Heil geschenkt worden, weil auch dieser Mann ein Sohn Abrahams ist. Der Menschensohn kam, um die Verlorenen zu suchen und zu retten. Hört. Wir gehen jetzt nach Jerusalem. Dort wird sich erfüllen, was bei den Propheten über den Menschensohn steht. Er wird den Heiden ausgeliefert. Sie werden ihn verspotten und ihn misshandeln und bespucken. Und man wird ihn geißeln und töten. Aber am dritten Tag wird er auferstehen. Tag, Sarah. Tag, Sarah. Also, irgendwas hat sich hier im Stall verändert. Ja. Sarahs Esel ist weg. Er ist nicht weg. Ich habe ihn nur jemandem geliehen. Wer will schon auf deinem lausigen Esel reiten? Bring deine Jünger zum Schweigen, Meister. Ich sage euch, wenn sie schweigen, dann werden die Steine anfangen zu schreien. Frieden, Ehre, Gesundheit. 17, 18, 19, 20, 21, 22. 35, 36, 37. Sie haben aus dem Tempel einen Marktplatz gemacht. Dabei sollte er ein Ort des Gebets sein. Es steht geschrieben, mein Haus soll ein Haus des Gebets sein. Ihr aber habt daraus eine Räuberhöhle gemacht. Er lässt meine Tiere frei. Halte sie auf. Halte sie auf. Es ist nur ein geringes Opfer. Hast du nicht mehr zu geben? Ich sage euch, dass diese arme Witwe mehr gegeben hat als alle anderen. Denn sie alle haben nur etwas von ihrem Überfluss geopfert. Diese Frau aber, die kaum etwas zum Leben hat, sie hat ihren ganzen Lebensunterhalt hergegeben. Meister, wir wissen, dass du aufrichtig redest und lernst. Und dass du nicht auf die Person siehst, sondern, sondern wirklich den Weg Gottes lernst. Sag uns, ist es gegen unser Gesetz, wenn wir dem römischen Kaiser Steuern zahlen oder nicht? Gib Acht, Herr, er will dich überlisten. Zeig mir einen Denar. Wessen Bild und Namen sind daraus? Cäsar! Cäsar! Dann gib dem Kaiser, was dem Kaiser gehört. Und Gott, was Gott gehört. Was ist deine Antwort darauf? Sieh mal, da ist Petrus. Was macht er denn da? Sieht aus, als ob er für das Passamahl einkauft. Es war mein großer Wunsch vor meinem Leiden, das Passamahl mit euch zu essen. Denn ich sage euch, ich werde es nicht mehr essen, bis es seine Erfüllung findet im Reich Gottes. Gesegnet seist du, o Herr, unser Gott, König des Weltalls, der am Weinstock Früchte wachsen lässt. Nehmt den Wein und verteilt ihn untereinander. Gesegnet seist du, o Herr, unser Gott, König der Welt, der Brot aus der Erde hervorbringt. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Doch seht, der Mann, der mich verrät, sitzt mit mir am Tisch. Der Menschensohn muss zwar sterben, wie es Gott bestimmt hat, aber weh dem Menschen, durch den er verraten wird. Das ist nicht möglich. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das glaube ich nicht. Nenne uns den Verräter Herr. Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis oder in den Tod zu gehen. Ich sage dir, Petrus, ehe heute der Hahn kräht, wirst du dreimal geleugnet haben, dass du mich kennst. Der Hohe Rat hat sein Urteil gefällt. Jonathan, was ist? Es scheint, die Herrschaft des sogenannten Königs wird nicht mehr lange dauern. Ich bekam Nachricht vom Hohen Rat. Einer seiner Jünger, ein Mann mit Namen Judas Iskariot, will Ihnen behilflich sein, Jesus in Gewahrsam zu nehmen. Jonathan, wie haben Sie ihn überredet, das zu tun? Nun, das war ganz leicht. Mit 30 Silbermünzen, mehr nicht. Heute Nacht werden Sie Jesus fangen und ganz sicher nicht mehr entkommen lassen. Oh nein. Bitte nur das nicht. Judas. Judas. Mit einem Kuss verrätst du den Wunsch. Menschensohn. Herr, sollen wir mit dem Schwert reinschlagen? Schnell, nehmt ihn fest. Hört auf damit. Ein Wunder. Wie gegen einen Räuber seid ihr mit Schwertern und Knüppeln ausgezogen. Tag für Tag war ich bei euch im Tempel und ihr habt nicht versucht, mich festzunehmen. Aber das hier ist eure Stunde, weil die Finsternis jetzt die Macht hat. Kommt schnell, wir müssen fort. Nehmt ihn fest. Hier, das ist der Mantel eines Königs. Sag voraus, was mit dir geschehen wird. Willst du uns erretten, großer König? Vor was will er uns erretten? Willst du uns erretten? Der war auch mit Jesus zusammen. Frau, ich kenne den Mann gar nicht. Ich habe sie zusammen gesehen. Deine unterwürfigen Diener. Wie gefällt es dir, so jemandem aufzusehen? Du gehörst auch zu ihnen. Nein, Mensch, ich nicht. Der da war ganz gewiss auch mit Jesus zusammen. Er ist doch auch ein Galiläer. Ach, geh weg! Was redest du? Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Ich weiß nicht, wie wir kommen. Was ist denn, Benjamin? Jesus, er ist in Gefahr. Komm schnell, wir müssen die anderen holen. Warte, wer dich geschlagen hat. Prophezei. Wer wird dich jetzt schlagen? Hört auf. Hört auf, habe ich gesagt. Bringt ihn vor den Hohen Rat. Vorwärts! Sag uns, sag uns, bist du der Messias? Auch wenn ich es euch sage, ihr glaubt mir ja doch nicht. Und wenn ich euch etwas frage, antwortet ihr mir nicht. Aber von nun an wird der Menschensohn zur Rechten des Allmächtigen Gottes sitzen. Du bist also der Sohn Gottes? Ihr sagt es, ich bin es. Er will Gottes Sohn sein. Er kann von uns sein. Er verhüllt uns. Wir haben es aus seinem eigenen Mund gehört. Wir bringen ihn zu Pilatus. Ja, ja, führt ihn fort. Ja, fort mit ihm. Wir brauchen keine Zeugen aus Samen. Wir bringen Jesus zu Pontius Pilatus. Pontius Pilatus, der grausamste von allen römischen Herrschern. Er hat schon tausende von Menschen umgebracht, hat sie an hölzernen Kreuzen aufhängen lassen. Vorwärts! Was wollt ihr denn von mir zu dieser frühen Stunde? Wir wissen, dass dieser Mann unser Volk verführt. Er hat auf dem Markt einen Aufstand verursacht. Welche Strafe soll er erleiden? Verurteile ihn! Ich sehe keinen Grund, diesen Mann zu verurteilen. Gar keinen. Wir befanden ihn für schuldig. Er hält das Volk davon ab, dem Kaiser Steuern zu zahlen und behauptet, er sei der Messias und König. Ein König? Sag, bist du der König der Juden? Du sagst es. Er begann in Galiläa und nun ist er hierher gekommen. In Galiläa? Ist dieser Mann ein Galiläa? Dann soll sich doch Herodes der Sache annehmen. Er hält sich doch noch in Jerusalem auf. Ja, bringt ihn zu Herodes. Wer behauptest du zu sein? Wer sind jene, die du deine Jünger nennst? Viele berichten, dass du Wunder vollbringen kannst. Lass eines für mich geschehen. Herr, er hat versucht, das Volk aufzuwiegeln. Er selbst nennt sich König. Dieser Mann? Ein König? Mein König. Schlagt fest zu. Und wieder zu Pilatus. Dieses ist seine Provinz. Dieser Mann hat nichts getan, was den Tod verdient. Daher will ich ihn nur geißeln lassen und dann freigeben. Zu diesem Fest musst du uns einen Gefangenen ausliefern, Pontius Pilatus. Liefere uns Barabbas aus. Ja. Und dieser Mann soll sterben. Gib uns Barabbas. Kreuzige ihn! Du, und du, teilzunehmen! Worauf wartest du, Pilatus? Wo quält er ihn so? Lass ihn dran! Er ist denn jetzt hier auf dem Weg! Kommt mit dir! Wir werden für dich beten. Du, mach, dass du wegkommst! Die können ihn doch nicht umbringen, oder? Steh auf! Steh auf! Du! Wie heißt du? Simon aus Sirene, Herr. Nimm das Kreuz auf. Schleif die Seile durch! Du, trag den Balken! Los, weiter! Ja! 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 Schmeller, komm schon los! Los! Gehst du? Weh schon! Weiter! Weh schon! Stopp! Oh! Es ist heiler, runter! Vergib ihnen, Vater. Denn sie wissen nicht, was sie tun. Anderen hat er geholfen. Nun soll er sich selbst helfen. Ja, rette dich selbst! Du bist doch der Messias! Komm herunter vom Kreuz! Was steht da? Ich kann das nicht lesen. Da steht König der Juden. Wenn Jesus der König ist, warum machen sie das mit ihm? Ich weiß es auch nicht. Jonathan! Ist es möglich, dass... Was passiert hier? Fuck! 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 in deine Hände lege ich meinen meinen Geist. Ich habe ein Grab für den Meister vorbereitet. Ich möchte gerne den Leichnam abnehmen. Du kannst ihn haben. Vergib uns, wir geben dem Leichnam unseres Herren das Geleit. Alle sind willkommen. Aber kommt, der Sabbat bricht an. Ich kann nicht glauben, dass wir Jesus nie wiedersehen. Moment mal. Wisst ihr nicht mehr, was Jesus immer wieder gesagt hat? Was? Jetzt fällt es mir wieder ein. Jesus hat gesagt, dass er in drei Tagen wieder zum Leben erwachen wird. Oh mein Gott! Was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Wisst ihr noch, was er euch gesagt hat, als er noch in Galiläa war? Der Menschensohn muss den Sündern ausgeliefert und gekreuzigt werden und am dritten Tag auferstehen. Hör zu, der Stein war weggewälzt worden. Wir gingen hinein, aber der Leichnam unseres Herrn war verschwunden. Der Leichnam unseres Herrn war verschwunden? Und zwei Männer waren auf einmal da. Engel, sie leuchteten wie die Sonne und sagten zu uns, was sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Es ist wahr! Bitte glaubt uns. Bitte glaubt uns! Wir haben sie gesehen. Geht hin und seht nach. Das Grab war leer. Unser Herr war verschwunden. Petrus, du musst uns glauben. Der Herr ist wirklich auferstanden. Er ist dem Simon erschienen. Wir haben ihn nicht erkannt. Nicht auf dem Weg. Aber als er das Brot brach, erkannten wir ihn. In Emmaus. Wie seltsam, dass er dort war. Friede sei mit euch. Was seid ihr so bestürzt? Warum habt ihr solche Zweifel in eurem Herzen? Seht, meine Hände und meine Füße. Und seht, ich bin es selbst. Faßt mich an und begreift. Wie ihr es bei mir seht, so hat kein Geist Fleisch und Knochen. Das sind die Worte, die ich euch sagte, als ich noch bei euch war. Alles müsse sich erfüllen, was im Gesetz des Mose bei den Propheten und in den Psalmen über mich geschrieben steht. In der Schrift steht, der Messias wird leiden und wird am dritten Tag von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen wird man allen Völkern verkünden, sie sollen umkehren, damit ihre Sünden vergeben werden. Angefangen in Jerusalem. Als Kaleb mir das erste Mal erzählt hat, dass Jesus Gottes Sohn ist, habe ich ihm nicht geglaubt. Aber dann sah ich die unglaublichen Wunder, die Jesus vollbracht hat und habe ihm zugehört, als er über Gottes Liebe sprach. Ich habe auch gesehen, was sie Jesus angetan haben, wie sie ihn geprügelt haben und ihn an das Kreuz geschlagen haben und wie er starb. Ich habe gesehen, wie sie seine Leiche herunternahmen und wegbrachten. Aber dass ich Jesus wiedersehen würde, das hätte ich nie gedacht. Aber dann passierte etwas Wundervolles. Gott hielt sein Versprechen. Er hat versprochen, Jesus wieder lebendig zu machen. Und versprochen hat er auch, jeder, der glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist, wird mit ihm leben. Jetzt und in alle Ewigkeit. Und ich bin froh, denn das habe ich vor. Was für eine Geschichte. Und das Erstaunlichste daran, alles, was du eben über Jesus gesehen und gehört hast, ist wirklich passiert. Vielleicht hast du dir beim Zuschauen die gleiche Frage gestellt wie Kaleb, Joel, Nathan, Lea, Benjamin und Sarah. Nämlich, wer ist Jesus wirklich? Du hast gesehen, wie es Benjamin klar wurde. Jesus ist wirklich Gottes Sohn. Er zeigte uns, wie Gott ist und er starb aus Liebe zu uns am Kreuz. Jesus hatte viele und ganz unterschiedliche Freunde und er wollte, dass auch Benjamin dazugehört. Weil Jesus wieder lebendig wurde, war es für Benjamin klar, dass Jesus stärker war als der Tod und er erkannte, dass er als Freund von Jesus für immer mit ihm zusammenleben würde. Zuerst aber war es nötig, ihn um Vergebung zu bitten, weil er ihm nicht geglaubt und nicht so gelebt hatte, wie es Gott wollte. Benjamin entschied sich für Jesus. Er wollte sein Freund sein. Und du? Jesus lebt noch heute. Möchtest du auch, dass er dir vergibt und dein Freund wird? Vielleicht denkst du, das verstehe ich nicht. Oder ich würde gern mit meinen Eltern darüber reden. Oder darüber muss ich noch mehr nachdenken. Vielleicht möchtest du auch anderen Freunden von Jesus, die ihn schon länger kennen, ein paar Fragen stellen. Aber vielleicht antwortest du schon jetzt mit Ja und du möchtest Jesus kennenlernen. Du kannst Jesus jetzt bitten, dir alles zu vergeben. All das Schlechte, was du gedacht, gesagt und getan hast. Auch, dass Gott dir egal war und du dein Leben ohne ihn gelebt hast. Die Bibel nennt das Sünde. Willst du von jetzt an ein Freund von Jesus sein? Dann sag es ihm vielleicht so. Lieber Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Bitte vergib mir das Schlechte, was ich gedacht, gesagt und getan habe. Ich möchte von jetzt an dein Freund sein. Hilf mir so zu werden, wie du es willst. Danke, dass ich immer mit dir reden kann und du mich hörst. Ist es nicht großartig, dass du Gott einfach vertrauen kannst? Er liebt dich, er vergibt dir und ist für immer bei dir. Sprich mit jemandem darüber, der sich mit dir freut. Deiner Mutter, deinem Vater oder einem Freund. Wenn du Jesus besser kennenlernst, geht das Abenteuer erst richtig los. Mit ihm als deinem besten Freund. Und das hilft dir dabei. Gott sagt uns in seinem Buch, der Bibel, wie wir leben sollen. Lies möglichst jeden Tag etwas darin. So lernst du Jesus besser kennen und erfährst, wie dein Leben mit ihm aussieht. Rede mit Gott. Du kannst mit ihm über alles reden, jederzeit und überall. Und er hört dir zu. Jesus nannte das Beten. Triff dich mit anderen, die auch Jesus zum Freund haben. Mit Gott zu leben ist nicht immer einfach. Andere Freunde von Jesus können dir dabei helfen und dich ermutigen. Und so wie Kaleb, möchtest du vielleicht deinen Freunden erzählen, was Jesus für dich bedeutet. Es war schön, dir die wahre Geschichte von Jesus erzählen zu können. Denk dran, egal wo du hingehst, egal was du tust, mit Jesus als deinem Freund ist Gott immer bei dir. Da. 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 Da.